Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich den Feliway Classic oder auch Friends richtig anwenden kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir hier mal den Stecker der Variante Friends oder Classic. Diese sind relativ ähnlich, weswegen die Anleitung natürlich für beide gilt. Und dann hier noch so eine Nachfüllflakon. Nun können wir von diesem den Deckel hier oben entfernen, einfach mal gegen den Uhrzeigersinn etwas drehen und dann den Deckel auch schon auf die Seite legen. Und schon können wir jetzt nämlich diese Nachfüllflasche hier unten einschrauben. Hier ist also auch ein Gewinde. Ich setze das Ganze einmal an und dann einfach im Uhrzeigersinn diesen Nachfüllflakon ganz rein drehen. Das Ganze natürlich handfest. Und schon haben wir dies nämlich auch schon miteinander verbunden. Jetzt können wir den Stecker hier vorne für die Steckdose noch um 90 Grad drehen. Das kommt jetzt einfach darauf an, wie deine Steckdose angeordnet ist. Denn wichtig ist einfach, dass diese Flasche hier nach unten zeigt, wenn das Ganze eingesteckt ist. Der Zerstäuber sollte übrigens in den Raum eingesteckt werden, wo sich die Katzen einfach am meisten aufhalten und vor allem auch am meisten die Stresssymptome zeigen. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass die Steckdose bzw. der Zerstäuber ruhig von der Katze erreichbar sein kann. Also wie bei mir hier relativ weit unten jetzt auch. Und so ein Zerstäuber bzw. ein Nachfüllflakon reicht für ungefähr 50 bis 70 Quadratmeter in einer Wohnung. Bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus hast mit zwei Stockwerken, dann solltest du dir vielleicht für unten einen zulegen und für das Stockwerk oben drüber auch noch. Und somit haben wir auch schon den Feliway Classic bzw. Friends richtig verwendet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens den Feliway Classic bzw. Friends oder auch mehrere solche Nachfüllflakons auf einmal zulegen möchtest, um einfach Geld zu sparen, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellen zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterzielen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.